Warum bin ich so ne Scheiße? Der Katze ist geil, guck dann so Joe, die nen Panda kickt Hallo und herzlich willkommen hier bei Y-Play Diesmal wieder ein Special-Gast, der Kev ist wieder mit am Start Du warst ja schon mal dabei Aloha, ja, ich war das letzte Mal auch schon dabei Und jetzt bin ich wieder in Kölle Ganz genau, so muss das auch sein Und der Dena ist auch wieder mit am Start Und der Izzy ist auch wieder mit dabei Und wir spielen Super Mario World 3D So, krass Wir haben eben schon mal reingezockt Ja, überall Ich nicht, so, Luigi, bam Du musst Mario spielen, ne? Ja, ich hab gar keinen Bock auf Mario, Mann Ja, dann musst du aber nehmen Sein wird Peach sein Nimmst du Mario, oder was? Nein, nee, go Oh Mann What? Das ist jetzt, ich kann jetzt hier den Weg laufen Fick dich Früher war das alles so ein bisschen 2D Jetzt ist das hier 3D am Start Und ich gehe rein ins erste Level Und bin, ja, excited, ne? Go, go, go Welt 1 Nummer 1 Der Superglockenhügel Superglockenhügel? Ja, ist doch nicht schlecht zum Start Ja, warte, ich wüsste nicht, was so sonst gehen sollte Man kann jetzt hier auch so... Ja, ich hab dich! Was? Wo bin ich? Nein! Ey, warte! Das ist voll unfair, ihr kennt die Tasten, ich kenn die nicht Ich kenn die halt auch nicht Ich bin grad erst gekommen, die haben dich schon gezockt ohne Ende Hey, warte! Wo bist du? Au! Ich nehm dich... Nein! Fick dich! Warum? Ja! Nein! Ich weiß nicht mal, wie man dich holt Ich weiß nicht mal, wie man dich holt Aber jetzt... Jetzt hab ich dich... Ich bin weg! Ey, Leute, Leute, wir... Wir müssen zusammenspielen Nein, glaub ich nicht Warum bin ich so ne Scheiße? Der Katze ist geil! Guck, wie kannst du den Panna-Kick? Wie kann man das schnelle... Oha, was hab ich getan? Du bist gestorben, weil du zu weit weg warst Was? Du musst Tempo eigentlich Ich bin eine Katze Ich bleib einfach in der Luftblase Noch mehr! Hippie! Warum habt ihr mich kaputt gemacht? Weil du zu lahm bist einfach Du musst jetzt mitkommen Flup! Durch die Kanone Oh, oh, das wird tief Warte! Wen kann ich packen? Ja! Nein, mich kannst du nicht packen Warte, hier ist ne... Warte, hier ist ne Brot Haha, ich bin da unten reingelaufen Was macht ihr denn? Yeah! Hey! Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen Und weiter geht's Ich muss aber auch sagen Die ersten sind ein bisschen schwieriger als die später Sie sind auf jeden Fall ein bisschen verwirrender Ja, die kannst du so in diesen Panna-Kick machen Wo bin ich auch da? Das ist ne große Katze! Au, sie hat mich getroffen Bam, bam, bam Sie hat mein Leben zerstört Guck mal, Purzelbaum Dam, 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 dam Was machst du da? Jau! Guck mal, die Katze kann so nie passen Oh, pass auf Was ist das ne Katze da? Ja, guck die Katze Hey, Luigi, komm jetzt hinterher Oh, du bist zu langsam Ach, wieder ist rein So Ab nach oben Ich geh da unten wieder rein Ihr könnt mich machen Ich wüsste ich, dass es so ein Katzenspiel ist Flug, hallo Und warte jetzt noch, dass die Punkte Wie, 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 wie rennt ihr so schnell? Komm schon, mach Ende, mach Ende Nein! Papa hat die Krone Jawoll Jawoll, eindeutig die Krone erster Platz Du hast ja auch den Toad hier Ja komm, nächstes Level Du bist gar keine Katze, Mario Also das ist offenbar Ja, ich weiß, ich hab meinen Katzenstatus verloren Hey Ey Sack Ich mein's nicht direkt da rein Ich muss jetzt erstmal gucken, wie man schnell rennt Ja Und tschau Tschau Vorsicht! Ach, das bin ich Sehe, aber ich weiß gar nicht wo er ist Ob ich nur unterirdisch Ja, die will hochklettern Bin schneller als hier Ich hol mir alle Items Ja Ich kann schießen Katze ist hier Oh Gott Warte, da oben Da oben bin ich die Katze Nein! Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Leute, wo nicht? Ja, Münzi, Münzi, Münzi Ha, Münzi, Münzi Bom, 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 bom Miau, genau Renn, rein, rein, Katze Warte, wen von euch kann ich fertig machen? Nicht mich Au Ah, du hast mal Glück gehabt Das sieht aus, als wären wir da durch Dener bliegt gar nicht durch Er weiß gar nicht, wo er überhaupt spielt Ja, ich hab's Dener weiß gar nicht Und seinen Bonus hab ich auch geholt Alles hat's gemacht Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht Ah Dicke Punkte Meins 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 Ja, ich hatte eh schon Ah, warte, Minus Warte, da oben ist ein Aua Boni, Boni Jetzt bin ich endlich wieder normal Ja, nur Katze ist doch geil Warte, warte, du hast noch ein Bonus Ne Feuerbeetten Nein Bäm, 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 bäm Bäm, bäm, bäm Das ist mein Ding Da rein Dann geh ich unten lang Ja, der da hat's Oh Gott Yes Hallo Wie ich das geschafft hab Schlichtröte gib ihm, bumm Ein Stern Jawohl Bum, 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 bum Ich bin vorne weg. Wo bin ich? Ich bin schon weg. Das ist der Stern. Nein, hör doch auf. Wo machst du das? Nein, ich bin runter. Hallo. Ich bin runtergesprungen. Ich habe es nicht mal geschafft. Ich war eine Seifenblase. Der Papa ist ganz oben, da wo er hingehört. Ah, jetzt hat der Dähner natürlich frühzeitig weggedrückt. Man hat natürlich noch gesehen, dass ich... So kennen wir dich. Ab geht's hier ins nächste Level aus dem Weg. Football Chucks. Oh! Und Attacke. Und den ersten. Ich mache fertig. Ich habe die Krone. Du hast meine Krone. Den ist der King. Ich kriege ihn. Nein, lass mich in Ruhe. Meine Krone. Ich kriege ihn. Meine Krone. Ich kriege ihn. Hast du es gesehen? Was für ein Special-Tech? Hast du? Warum ist die weg? Ja. Aber hast du gesehen, was für ein Special-Tech das war? Ja, das war, wenn ich dich hochgeworfen habe, als du dich gedreht hast. Ja, und dann habe ich ihn gefickt. Ja, aber... Hauptsache, ich habe Spaß. Keine bösen Wörter. Adele. Ja, Izzy, du warst auch toll. Mein blöder Mann. Ich habe gewonnen. Oh mein Gott. Weiter geht's. Das soll unser nächstes Level sein. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr verdammt normal bereit? Und... Jump, jump. Go. Wow. Ich renne einfach jetzt vorne weg. Eiskalt, wie ich bin. Keine Krone. Und Lavor Möse, was machst du denn? Du Spacko. Die sind alle tot. Er hat mich runtergeworfen. Eine Krone. Mann. Wow, Katze. Guck mal, jetzt bin ich gar nichts mehr. Ich sehe schon den Shitstorm auf meinen Kanal. Na komm, Alter, wieso killst du den? Na du, Jacko. Mann. Oh Mann. Nein, ihr könnt mich doch nicht alleine lassen. Mann. Ihr könnt mich doch nicht alleine lassen. Ich komme nicht hoch. Ich bin im Bonus. Mann. Wieder drauf. Wir müssen jetzt alle einsammeln. Los. Schnell. Noch mehr? Oh. 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 Jump. Meiner. Ich muss sagen, die Erzbücher ist gut. Es tut mir leid. Das nehme ich nicht an. So, jetzt geht es weiter. Alles ist vorbei. Wir sind keine Freunde mehr, ne? Nein. Ich hole mir den Stempel. Ich hole mir den Stempel. Jawohl. Oh, scheiße. Und jetzt hier. Komm schon, komm schon. Komm schon. Warte schon. Ja, was ist nach dem Pauling? Oh, Nuke. Ja, muss ja auch mal sein, ne? Nuke. Ey, das war ja ein übelster, der Kreisel-Piep. Oh, wampf. Nicht immer alles kaputt machen. Warte, irgendwas bringt das hier. Ja, ja, unten ist doch ein Pfotenabdruck. Jo. Jo. Jo, danke. Ja, er darf. Komm, es ist runter. Oh, fliegt, fliegt. Was habe ich gemacht? Links, links, fliegt. Achso. Ja, fliegen. Oh. Guck mal, was ich gemacht habe. Die Mucke. Toll, oder? Ey, wir treffen alle das Ding da nicht. Ey, ich habe den Stern. Oh. Irgendwer hat einen Stern. Ich hätte den Stern gehabt. Wieso? Wie sagt man da so ein Speed drauf? Nein. Ich kann nicht mehr anhalten. Ich kann nicht mehr anhalten. Ich auch nicht. Ach doch, ich bin einfach nur ultraschnell. Hol die Zeit. Hol die Zeit. Hol die Zeit. Schnell Zeit. Zeit. Hol die Zeit. Wo sind wir? Wir sind tot. Jetzt, da störe ich alle. Oh, ich dachte. Nein, nicht. Da störe ich. Kein Falsche. Und weiter geht's. Auf alle haben die Sachen verloren. La, 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 la. Ich mach die kaputt. Gebe ihm hier jetzt Endboss. Ist das der Endboss? Der Babo. Ey, der Endboss ist da. Woo. Ich störe ihn. Au, 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 au. Ich kann nur schlagen so. Boom, boom, boom. Jetzt zerstöre ich ihn. Boom. Ah, nee. Mach den Kaffee, Alter. Jetzt kommt der Stamper hier. Und boom. Bam, 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 bam. Jetzt krieg auch noch einen. Der Stamper hat die alle gemacht. So einen Stamper würde ich auch gerne mal zu Hause in meinem Bett machen. Boom. Dann hoffe ich, dass du keine Freude nassst, die dann bei dir wird. Wenn du den Stamper machst. La, 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 la. Ey, lass mich runter. Oh, ich hab's hier hoch. Ja, du kannst immer hochklettern. Kannst du das assoziieren? Ich bin das einfach hoch. Guck mal, ich bin der Größte. Ja, und ich bin immer wieder dieser kleine, komische Nichtsnutz. Oh, fuck. So knapp. Das ist Wasserrutsche. Welt 1 bis 4. Wasser spart mit Plessi. Na, wir lenken immer alle. Wir lenken eh alle. Das ist das Ding. Alle können lenken? Ja, vor allem, wenn einer nach links... Ist das asozial. Ja, vor allem, weil du immer springst, obwohl man nicht muss. Dann jetzt konzentrieren. Also, jetzt lenke nur ich. Oh, da lenkt ihr alle. Wir müssen alle zusammen. Alle zusammen, okay. Und jetzt da drauf springen, aber noch nicht. Jetzt. Go. Nein. Komm, wir müssen jetzt mitspielen. Mitspielen jetzt spielen. Oha, der hoch. Läuft. Wo lang? Rechts, rechts. Jetzt müssen wir aber mal abseits des Mainstreams längs fahren. Gib ihm. Oh ja. Und jetzt laufen wir. Rüber, rüber. Oh ja, das ist Wäschel. Special. Rechts. Oh. Ich bin nicht gelenkt. Diesmal links. Ich habe nichts gut Deutsch. Nichts können. Jetzt und hoch. Jetzt aber hier. Oh, das links. Oh nein. Wie easy hier. Wie easy? Ich mach so. Platsch. Hoch, links. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Wow. Und nochmal. Wow. Wir haben einen Stern. Links. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Aber jetzt springt sie hoch. Ich will mal springen. Der hat noch einen Stern. Aber jetzt springt darauf. Und. Bum. Nein. Was machst du da? Nein. Den da. Was ist denn? War doch gut. Ich will den behalten. Ich kann mich nicht von dem verabschieden. Mama, dürfen wir den behalten? Bleib hier, sonst töte ich dich. Mama, bitte. Du hast dich schon so lange nicht mehr gewaschen. Guck mal, ich bringe auf ihn rum. Jetzt geh in die Wanne. Ich bin Gamer. Jetzt geh in die Wanne, bitte. Ich bringe auf ihn rum. Geh bitte in die Wanne. Ah, winke, winke. Tschüss. Ich bringe auf ihn rum. Ich bringe auf ihn rum. Ich bringe auf ihn rum. Izzy, das mag er nicht. Hör auf. Zeige ihm so meine Zuneigung. Nein, Izzy. Ich bringe auf ihn rum. Du bist eine super Höpfburg. Du bist super. Ich mag dich. Ich find dich toll. Und tschau. Tschüss. Mach's gut. Weiter. Ich krieg ein Coin. Oh. War wohl nichts. Ich werde erst sein. Ich werde erst sein. Ich werde erst sein. Ich werde erst sein. Lauf, 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 lauf. Nein. Jawohl. Aber 8000. Nee, hab ich keinen Bock. Da hab ich keinen Bock. Ist jetzt im Mainstream, ne? Die Mario Flagge wird gepist. Guck mal, ich bin gar nicht da. Und jetzt, 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 jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt. Nein. Fuck. Und damit bin ich im Ranking vorne. Ich hab jetzt sogar zweimal gewonnen. Du hast schon zweimal gewonnen. Erstes und zweites. Echt? Ha. Schicksal schon entscheide ich jetzt. Hast du noch gar nicht gewonnen? Natürlich. Doch, aber einmal ich zweimal, du zweimal. Ist ja auch jetzt eigentlich total egal. Ich find's auf jeden Fall schön, dass du das Treppchen. 1, 2, 3. Und damit war's das auch wieder mit der Folge von uns. Ja, so sieht's aus, wenn man Mario World 3D zu dritt spielt. 3, 3, 3, 3, zu dritt spielt. Und wie vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen hat, machen wir jetzt täglich um 15 Uhr zusätzlich noch ein Let's Play. Jeden Tag um 15 Uhr. Ich und der Hallodree, Hallodree kann auch mal kurz reinkommen. Hier, komm, komm. Komm rein. Ja. Wir zwei starten nämlich jetzt zusammen jeden Tag um 15 Uhr ein Let's Play und zocken da Mario World 3D zu zweit und vielleicht schaffen wir es ja, das durchzuspielen. Genau. Das wäre natürlich krass. Kommt drauf an, wie lange ihr das sehen wollt, ne? Wie lange es lustig ist. Genau. Solange wie ihr Bock habt, jeden Tag um 15 Uhr. Schaut einfach mal rein, wenn ihr Lust habt. Bis um 15 Uhr morgen. Ciao. Ciao. Ciao.